Musik 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 ... auf Radio Alomar und auch Sex. So viel, die Kürzen. Okay. Okay. Der Radio Alomar und Zandmacher-Themmel. Kapitän, Brüchen, wenn du willst. Du, 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 du bist so einsam, ja. Ja, ich bin einsam hier, weil du, wo man kaum ist. Und ich habe hier wirklich jetzt auf der Schlesse. Ich habe nur mit Verwandlung. Ja, ja, jetzt kommt es, aber was mache ich nicht mehr? Ich esse im Ernstes. Wir haben vor allem ungesundes Handeln. Wir haben fettige Sachen, hier ein Stück Pizza, vielleicht die Kulade. Warum ist das denn ein bisschen? Also, warum esse ich ungesund, wenn man Stress hat? Es geht ja um Fissen. Ernsthaft? Muni! Schade. Ach so, du wolltest drücken. Kann ich mal? Ja, ja. Schade. Schade, schade, aber... Ja. Na ja. Na doch, wer nix magst, der nix gewinnt. Bei mir wäre es auch nix gewesen. 800 Euro. Das ist gar nicht. 800 Euro. Was haben wir heute Abend alle in den Puff? Ah ne. Da gibt es andere Nutzigkeiten. Da gibt es für Frauen hier nicht auch. Die sind chemische auch. Was kann ich davon machen? So viel auch nicht für mich. Na ja. Wie ich das vielleicht vermeide, lass auf den Dritten zum Beispiel. Alles gut. Lass laufen. Push. Was ist das denn? Was ist das denn? Doch, musste ich. Nee. Hab ich Gefühl. Ich glaub es. Ich wusste, ich weiß warum. Das mag ich ja überhaupt nicht. Auf 2 Euro teilen, ey. Weil es nur wenig waren. So, mal eine Vollreihe von... Du, das ist gestern, oder? Was? 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 Scheißegal. Lass laufen. Nein. Aber wir haben doch schon gewonnen, Alter. Lass einfach laufen. Ich schwör dir. Hier. Zack. Ja, aber ich lass trotzdem weiter laufen. Geld raus. Geld raus. Das ist immer gut. Kann man nie falsch... Irgendwas... Komm, drück ein. Wenn du ihn durchpuscht, kriegst du 40 Euro von... Jaaaahhh! Du bist da schön nicht lang, wenn du schimpf. Scheißegal. Das ist einfach laufen. Ja, ja, logisch. Das gibt... Das haben wir Bild. Ja, das sowieso, aber trotzdem würde ich teile anwenden, wenn es geht, wenn es machbar ist. Ich finde das so krass, wenn ich als ein Spieler bin, das ist so krass. Ich habe nicht so einen Gewinn wie hier, das ist irgendwie komisch, ich schneide hier. Ich habe gut gewonnen, deswegen konnte ich das, dass du es hier hattest. Das ist der N80. Die eine Stube geht ja nicht. Ach komm. Jawohl, und jetzt. Komm, ich bin durch. Drück drauf, drück drauf. Irgendeins. Nein, du solltest doch drauf drücken. Ach, ich hätte links gedrückt. Nein. Du hättest hier gedrückt. Ach, ich stepp. Das ist nicht mein Spiel. Aber jetzt gibt's. Hallo? Ja, Autoscheider reinmachen. Ah ja. Jetzt erste. Klar, klar. Beim fünften Spiel. Drücken darfst du gar nicht, gell? Nee, kannst gar nicht. Ach, hopp. Und jetzt kann er holen. Das ist weiter. So. Willst du aber? Updates. Jawohl. Das zahlt ja richtig gut. So, einspielen. Ah, schade. Oh, das war ein bisschen ein Dreier. Und ich sage mal nicht. Es sind da fully zur mindful. Ja, ich sage mal nicht. Frau ist dein Sohn im Hang. Das war ein Dreier. Wie ist dein Sohn. Ich sage mal nicht. Auf Wiedersehen. Wie ist dein Sohn. Es hat mich gefragt nichts. Wie ist dein Sohn. Wie ist dein Sohn. Wie ist dein Sohn woher? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020